Dann eben ein neues Schwert. Ja, wir haben ja kein Holz. Zum Glück hatten wir noch Holz in der Kiste. Ja, so Kisten sind immer gut. Vor allem, wenn man direkt neben Lava wohnt. Bald nicht mehr. Oh, wie das war gesagt. Er sticht an der Hund. Die Wirkung sind wenigstens. Ich weiß, dass du gleich kommst. Ich weiß, dass ich weiß es. Ich seh den. Fuck. Stimmt doch. Perfekt. Neue Pfeile haben wir auch. Was? Wo? Ach so. Was bin ich denn erschrocken? Ach, drei neue Knochen. Schön. Kann man jetzt drei neue Hundis machen? Werden wir natürlich machen, wenn die Lava weg ist. Ganz klar, das mache ich nicht mehr. Dass mir dann der Hundi abwackelt. Und die Nihilie Lava. Uh, uh, uh. So. Ich sag's nicht. Wie kann man das mit sein? Die beiden sind eingeschützt. Wir werden nicht um ihn trauern. Machen uns neue Freunde. Komm, Terminis. Da ist eine Birke. Hm. Da ist wahrscheinlich auch irgendwo noch der Creeper auf uns geworden. So wie ich die Creeper kenne, sind die wirklich sehr hinterlistig. Ich verbiss mich, der Creeper ist hinterlistig. Und bald bin ich tot. Ja, wow. Hopp. Entschuldigung. Ich will lieber was essen. Kommst du mit? Teleportiere dich doch mal nicht in die Lava. Und noch einen großen Bogen um die Lava. Also einen Bogen, der groß genug ist. Da kommt mit. Kommst du her. Jetzt komm, teleportier dich ja nicht in die Lava. Komm. Gut, gut. Ja, fein. Jetzt setz dich hin. Und schau die Wand an. Oder nicht. Hier, so ist gut. Ja, fein. Daraus mache ich jetzt einfach auch mal. Wir haben ja noch Sienz. Wehe, du teleportierst dich jetzt wieder in die Lava. Wobei, das ist ja wieder deine eigene Schuld eigentlich. Oh. 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 das Loch muss ich auch zumachen der weg und hier hin der ist ja gut Hundi jetzt wir haben keine Kohle mehr die U ist ja ganz toll egal so wie sieht es aus sieht ja gar nicht mal so schlecht aus muss man sagen da ist er wieder was macht er da mit der Kuh ist er schon gewachsen nix mehr machst du gleich mit der Kuh du hast mich getrogen put 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 ja ein Loch gut ich mag Lächer ne ich mag nur Züge keine Lächer gleich zischt es nochmal habe ich recht oder habe ich nicht recht stehe wo bist du komm ja in den Arsch ja in den Arsch drei vier fünf fünf h 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 happy h die Nee, der war schon gekriegt. Die Tür habe ich offen. Ist mir egal. Wir haben 8 Leder. Meine Tunik. Na, wie sieht das aus? Gar nicht so schlecht. Wie so ein Jäger. Ja, bist ja gut, Hundi. Was willst du? Du kleiner Hundi. Was willst du von mir? Von mir doch in Ruhe. Ja, gleich wieder in die Wärme fallen. Was war das vom Geräusch? Hatte eine Höhle? Keine Ahnung. Ich glaube, das waren so kleine Grabungen. Grabungen. Ja. Das ist ja gut, Hundi. Wir wissen alle, dass du fett bist und dass du gern Käse magst. Ja, streck mich den Arsch ins Gesicht. Ja. Ja. So schön. Wie sieht unser Haus aus? Episch. Ja, okay. Das war es auch schon für die erste Aufnahme von Let's Play Minecraft 1.3. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Und da habe ich auch eine Überraschung für euch dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.